Ja, liebe Volleyballfreunde, unsere Volleyball-Saison hat ein sehr abruptes Ende gefunden. Vor zwei Wochen wurde beschlossen, die Saison zu beenden. Auch das letzte Training war bereits vor zwei Wochen. Aber es ist natürlich kein Grund, untätig zu Hause zu sitzen. So wie der Fabio und der Nikolas jetzt hier im Garten spielen, habt ihr vielleicht auch die Möglichkeit, zu zweit draußen zu spielen. Ansonsten, wenn nicht, haben wir für euch auch einige Übungen zusammengestellt, die man gut allein draußen machen kann oder eben auch alleine drin machen kann. Einige Jungs von Herren 1 werden in verschiedenen kleinen Sequenzen euch zeigen, was man so mit einem Ball alles Volleyball-technisch machen kann. Hallo Freunde, ich hoffe, euch geht es allen gut. Ihr könnt euch ein bisschen die Zeit vertreiben, habt ordentlich was zu tun, damit wir auch das Volleyball nicht verlernen. Wollen wir jetzt ein bisschen Training machen. Ich weiß, das ist ein Beachvolleyball, aber die Zeit wird kommen. Und spätestens in der Halle müssen wir wieder richtig trainieren. Also hier, Übung 1. Nur für euch. Bisschen pritschen. Ihr könnt erstmal nicht so hoch pritschen, wenn ihr euch sicher seid. Bisschen höher. Wow, immer schön. Alle Finger am Ball haben und dann bis zur Decke. Kurz berühren. Und dann auch ein bisschen auf die Technik achten. Und das war's schon. Stay healthy. Hi Männer, ich darf euch heute eine kleine Übung zum oberen Zustand zeigen. Dafür legen wir uns plass auf den Boden und pritschen die Beine einfach vor der Stirn nach oben. Achtet darauf, dass die Arme nur leicht gebeugt sind und wirklich alles aus dem Handgelenk und aus dem Kinnestil zu gehen. Ihr könnt während der Übung ein bisschen in der Höhe variieren. Im besten Fall sollte sich der Ball nicht drehen. Achtet darauf, dass wirklich das Handgelenk trainiert wird. Schön Kraft aus dem Handgelenk nehmen. Und wenn ihr es mit einem normalen Volleyball drauf habt, könnt ihr das auch dann mit dem Basketball umsetzen und dann wirklich und weiterhin die Kraft aus dem Handgelenk zu trainieren. Ich wünsche euch alles Gute, und viel Gesundheit. Wir sehen uns in der Halle. Ach, ihr auch hier? Servus. Also, zur Zeit können wir ja nicht rausziehen in der Wohnung und können deswegen nicht Volleyball spielen mit den anderen. Manche haben auch keinen Volleyball zu Hause. Deswegen habe ich hier für euch einen Basketball. Damit kann man auch ganz tolle Fünschigungen machen. Ich zeige euch mal wie. Einmal. Also ihr setzt euch so hin, macht es so und dann wünscht ihr einfach mal. Versucht mal so 20 Mal ein Stück zu machen, ohne fallen zu lassen. Wenn ihr das dann habt, dann kurz den Bein fangt. Auf den Rücken legen und dasselbe noch mal. Ihr könnt auch mal ab und zu mal sitzen, den Bein jetzt hier noch höher. Konzentration, das ist nicht so gut. Jetzt so. Und zack. Ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen was merken können und versucht es einfach mal. Viel Spaß. Hi, servus zusammen. Ich zeige euch heute, wie man super seine Reaktionsfähigkeit für die Abwehr trainieren kann. Dazu habe ich hier einen Ball in der Hand. Aber mit dem Ball ist es alles viel zu einfach. Wir nehmen natürlich eine Klopapierrolle. Die erste Übung, ihr stellt euch an eine Ecke des Zimmers, nehmt die Klopapierrolle und werft sie mit einer Hand dagegen und versucht sie dann mit einer wieder aufzufangen. Schön, Gebäude stehen natürlich, Handflächen nach oben. Genau. Und dann trainieren wir das Ganze mal. Das war Übung Nummer 1. Kommen wir zu Übung Nummer 2. Hier braucht ihr einen Trainingspartner. Ich habe dazu die Steffi. Hallo. Der übergebe ich, nehme die Klopapierrolle. Ihr könnt natürlich nehmen, wenn ihr wollt. Eltern, Geschwister, je nachdem wer da ist. Dann haben die auch schon mal Beschäftigung. Ich stelle mich mit Blickrichtung zur Wand auf. Stelle mich, stehe ca. 1,5 Meter hinter mir. Wirf die Klopapierrolle gegen die Wand. Und ich muss sie auch hier versuchen, auf den Handflächen zu fangen. Und los geht's. Das war's von mir. Ich wünsche euch viel Spaß beim Trainieren und bleibt alle gesund. Ciao. Kommt weg. Okay. Dient der Bauchmuskulatur und ist gut für den Touch. Ich freue mich, heute auch zwei Übungen zu zeigen, wie ihr auch daheim trainieren könnt und euch für die Hallesaison bereithaltet. Das Gute an der ganzen Situation ist ja, dass man jetzt auch im Haus Ball spielen darf und sein Trikot gar nicht mehr ausziehen muss. Also, fangen wir gleich an. Erste Übung. Brauchen wir so ein komisches Band. Immer schön die Oberstecke und den Arsch drin nehmen. Und dann gehen wir an die Wand. Fangen wir erstmal an mit einem Arm. Zweiter Arm. Übergang. Ein Arm. Zwei Arm. Übergang. So, zweite Übung. Super wichtig. Abwerben. Hallo zusammen. Ich bin der Bojan vom OSC Konstanz. Und hier kommt schon die nächste Übung, die wir für euch vorbereitet haben. Was zu tun ist, einfach einen Ball nehmen. Down on your knees and we're good to go. Also kommen wir zum ersten Teil der Übung. Und zwar zum Baggern. Dabei ist es wichtig, die Körperspannung mehr zu halten und schön sauber mit dem Unterarm zu treffen. Let's try. Und das war's dann auch. Der zweite Part ist ein bisschen einfacher, würde ich sagen. Und zwar dabei geht es um Pritschen. Einfach den Fokus immer auf den Ball halten. Länger schlagen, kürzer, also wie ihr rollt. Versucht mal abwechselnd zu sein. Let's try this. Okay. Easy. Danke fürs Zuschauen. Viel Spaß am Training. Und nur der OSC. Servus Leute. Herzlich willkommen zu unserem kleinen Video. Wie ihr einfach zu Hause euren Touch am Ball ein bisschen verbessern könnt. Die koordinativen Fähigkeiten gleichzeitig noch ein bisschen schuld. Viel Spaß dabei. Probiert es einfach mal aus. Okay, servus Leute. Ich zeige euch jetzt noch ein paar Tricks und Skills, die ihr ganz einfach zu Hause mit Ball noch machen könnt. Einfach mal den Ball hier hoch nehmen. Versuchen mit einer Hand auf den Fingerspitzen hier zu jonglieren. Könnt ihr nochmal abwechseln. Rechts, links. So, das gleiche könnt ihr natürlich auch mit den Handknöcheln machen. Von rechts nach links. Könnt einfach mal schauen, was euch einfacher fällt. Um das Ganze noch so ein bisschen schwieriger zu machen. Versuchen wir uns mal, den Kreis zu drehen und den Ball hoch zu halten. Und dann könnt ihr dann auch mal abwechseln zwischen Handknöcheln und Fingerspitzen. Knie mal dazu nehmen. Viel Spaß und haut rein. Ja, eine weitere Übung ist es, einen Ball locker gegen die Wand zu schlagen und ihn in den Bagger annehmen. Wieder auffangen. Wieder frisch anwerfen. Gegen die Wand schlagen. Und baggern und fangen. Geht natürlich auch an der Garage. Müsst ihr halt vorher abklären, ob jemand etwas dagegen hat oder auch wenn er gegen die Hauswand spielt. Wenn das zu einfach war, dem zeigt der Nico, dass man noch etwas, was ein bisschen schwieriger ist, könnt ihr ja auch mal probieren. So, ich denke, jetzt habt ihr ein paar Übungen gefunden, die ihr daheim machen könnt. Im Namen von Herrn Eintr und vom ganzen USC Konstanz wünschen wir euch auf jeden Fall, dass ihr alle gesund bleibt, auch in der Familie. Und hoffen, dass wir möglichst bald wieder ins Training einsteigen können und uns da dann alle gesund und munter wiedersehen. Bis dahin, macht's gut.